so viel ist nicht mehr wir sind bald beim letzten Endgegner wir haben auch schon unser funktionell warmhaltenden Stärkehandschuhe und jetzt brauchen wir bloß noch diesen kleinen Abschnitt des Tempels hier Mann schiebt doch mal das Vorhinein ist leiser musst du aufpassen Link geht doch nicht so wir ersparen uns mal den Scheiß hier von wegen fliegende Platten und gehen hier einfach hoch hehehe das erfreut groß und klein einfach mal ein Schwein sein okay, vier Gegner besiegen keine schwere Aufgabe wow hey, er hat seinen Laser nicht gefeuert wieder nicht und zack, den hier noch oh Link oh Mann, Mann oh, war eine linke Nummer okay, wir kommen aber weiter ich lasse mich doch nicht verarschen, hier muss ich doch keine Fackeln anzünden wo sind denn hier oh die werden schießen ich will das Herz noch haben ich plündere hier noch alles aus ich plündere hier noch alles was, geht der denn runter, mein Scheiß Gamepad, ich wollte gar nicht Pad, Mann hier oben ist der Schlüssel schnell weiter, Rempad gut fein gemacht, brav ich hole gleich mal die Tüte mit den 100 Leckerlis weil, äh, damit belohne ich mich immer ja, ich brauche immer was für das Belohnungssystem damit ich hier auch weitermache okay, fünf Pfeile wow cool und ein bisschen Energie für die Fackeln die werden schnell alle angemacht ja, komm jawohl und siehe da wir sind so weit der große Schlüssel ich denke mal zwei Bomben kann man ruhig verkraften angesichts dieser fiesen Endgegner oh mein Gott jetzt geht's los zack und zack so ich hoffe auch beide Bomben treffen nein, ich glaube ich stehe jetzt blöd wow ich bin eben ausgewichen jawohl beide Bomben getroffen da, 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 da wow, ho, wow hier muss man was aufpassen dass die beim rauskommen schmeißen die in alle Diagonalen einen Stein genau der, der mich gerade getroffen hat hat einen Stein geworfen so nur einen getroffen okay vier können die nicht mehr aushalten ich will auch keine Bomben mehr dafür verschwinden dass ich da jetzt quatsch jawohl durchs Schlindern Double wunderbar okay, hier muss ich mich so hinstellen ah, gut beide getroffen aua, Mann schmeiß doch nicht mit deinem Dummstein rum zack da geht der Erste schon über die Planke über die Wuppa ja, ja ihr kennt die Geschichten er ist tot so oh verdammt zu früh, zu früh viel zu früh und getroffen das war doof von mir ich mach's wieder gut zack tot so der schmeißt jetzt in alle Himmelsrichtungen seine Steine da muss ich ein bisschen aufpassen genau genau komm doch raus mein kleiner Freund zack Treffer nochmal so mein Freund das dürfte jetzt das letzte Mal sein oh ich wurde getroffen nein, das wurde nicht das letzte Mal Mann, du dummer Hund du hab dich doch fast ich hab dich doch fast nein, Mann du hässlicher ah, da ist er ja okay, volles Attackrisiko hier kein Bock mehr auf den Scheiß nein, die sind cool yeah wir haben einen neuen Herzcontainer und wo bleibt das Amulett der Stärke jawohl jetzt fühlen wir uns ganz stark jawohl nur noch eins nur noch eins dann haben wir es, dann haben wir das Master Schwert das ist gut das Amulett der Stärke errungen dein Ziel ist greifbar nahe hol nun das dritte aber, hallo okay würde ich sagen, bevor wir das dritte noch holen holen wir jetzt endlich die Schwimmflossen weil ich möchte endlich schwimmen lernen ist doch peinlich, ist doch echt peinlich Link kann schon kein Fahrrad fahren schwimmen kann er auch nicht der Junge muss echt noch viel fürs Leben lernen und das will ich ihm nicht vergönnen, das will ich natürlich das will ich natürlich alles nachholen dafür kann er Typen töten mit seinem Schwert und seinem Bogen und allem anderen er ist so gebildet im Töten faszinierend wow, 50 Rubine A10 Krüge A5 Rubiner ja, haut hin gut kick Papa an Keks gut man, wir haben schon bald unser Maximum an Geld das unsere Börse erfassen kann das wäre so, als wenn wir mit lauter 500 Euro Scheinen in unserem Portemonnaie rumrennen würden und es schon überquillt auf zu den Schwimmflossen und nichts kann uns auf diesem Weg aufhalten zack zack wir rennen einfach durch die Massen hindurch würde uns schon keiner wehtun glaube ich nicht zack und wenn, dann tun wir eher jemandem weh denn, wie wir gelernt haben können wir ja bei unserem Sprint alles umruppen, was uns in die Quere kommt ha, die haben mich ein bisschen zu spät bemerkt ok am Berg vorbei zack wunderbar rennen wir gleich mal weiter auch nicht gegen den Baum ah, wir wurden bemerkt egal nein nein, Link, dreh dich doch mal oh du bläh ne echt jetzt mal scheiß Gamepad zack na, das tat gut Mann, ey ich brauche unbedingt ein neues Gamepad eindeutig ha, ha, ha ha, ne ha, ha ach, Link du bist mir schon ne Nase, du äh, ich hab doch abgebrochen bam und nochmal gar nicht nötig uah, noch mehr solch eklige ekligen Wesen oh, schon wieder Mann, dieses Steuerkreuz hängt sich manchmal einfach fest und dann rennt er da rum wie so ein besenktes Aas ui gerade noch so den Vogel ausgewichen nioh und hier gibt's daube in der Nähe später das Erdmedaillon ich weiß ich nicht mehr so, hoch hoch, Link schnell da gibt's ein Herzteil oh ja, geh baden ohne Schwimmen du kannst doch noch gar nicht schwimmen, Link was tust du oh, ist er geknickt bam oh, Link Link Mann na, eigentlich ist das Gamepad da hat Link keine Schuld da hat ganz allein die Technik Schuld ähm ich glaube, die obere war's ah oh, Gott die obere war's natürlich nicht ach, ich hab jetzt keinen Bock zurückzunehmen Trick 18 ach, nein, nein, nicht so okay bam oh, er fliegt nicht ich hab Angst, dass er zu weit fliegt nein, oh, was tust was tust du, Link was tust du, was tust du denn da jawohl, jawohl so ist das schön hey, Dicker du was willst du von mir Schwimmflossen ich habe dich zu verschenken denn Schwimmflossenkosten für 500 Robbine pro Flosse was, ich kann das 999 tragen es gibt dir nur 500 nö, okay yeah, wir erhalten die Schwimmflossen und jetzt kann Link schwimmen, wir können schwimmen schön, dann ist das noch die Bonus-Applikation für den Boomerang ja, auch der hat ein App so gut wie alles hat heute ein App nein, das ist ein echten iPhone aber ich hab halt grad schon den Boomerang-App geholt und jetzt holen wir uns gleich noch den verbesserten Boomerang-App ja, da gab's dann auch wieder ein Update und so und äh alles ganz verzwickt aber es ist ein schönes Gerät da 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 Euro auch ob ich überziehe ich nicht da der Tötter und da das Teil haben wir auch noch abgebildet auch ganz unauffällig hier weist es uns auf den Wasserfall hin Brunnen der Wunder ich werfe etwas hinein eine Münze meinen Bumerang wow wie wunderschön ja ich hab ich hab das reingeworfen wenigstens bist du ehrlich das mag ich dafür schenke ich dir etwas besonderes cool wir erhalten den Bonus Bumerang Moment mal ihr glaubt doch nicht etwa das war alles natürlich nicht ja so ein Brunnen ist wie das Internet hier gibt es gleich viele besondere Apps wir können mich noch ein App einbauen was tust du denn was tust du denn da war links etwas voreilig ja ich hab's reingeworfen ich gebe dir den Gegenstand zurück aber werf nicht ein zweites Mal okay okay das war doof tut mir leid für diese kleine Panne wird nicht wieder vorkommen hoffe ich doch na Brunnen der Wunder ich werfe etwas hinein so nur einmal A drücken da ist es ja wir werfen unser Schild rein vielleicht gibt's was Neues wir gucken einfach mal wo wie er ja ich hab's reingeworfen wenigstens bist du ehrlich das mag ich dafür schenke ich dir etwas besseres juhu ich war jetzt schon dreimal ehrlich und erhalte ein viel größeres Schild so ihr Pfeilbogen schießenden Typen jetzt hab ich keine Chance mehr gegen Link mit seinem dicken Ultraschild Yay okay wir sehen uns im nächsten Part Link to the Past vielen Dank fürs Zusehen Ha-Ching abgewährt mit unserem coolen neuen Schild Yay Tschüss